Düsseldorf, dpa, die Verbraucher in Deutschland geben im Jahr rund 1,4 Milliarden Euro für Pflege und Ernährung ihrer Babys aus. Das geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Wenn es um Babybedarf geht, sind die Bundesbürger demnach Anführungszeichen Premium-Shopper Anführungszeichen. Denn, Anführungszeichen sie sind bereit, einen vergleichsweise hohen Preis zu zahlen, und setzen auf Qualität Anführungszeichen, wie Nielsen-Expertin Ulrike Oltrogge berichtete. Eingekauft wird der Babybedarf nach Angaben der Marktforscher vor allem in Droge-E-Märkten. In den Kassen von Dezimeter, Rossmann und Co. landen regelmäßig fast zwei Drittel der Ausgaben für Milchnahrung, Beikost- und Pflegeprodukte. Die zweitwichtigste Bezugsquelle sind Verbrauchermärkte. Sie kommen auf einen Marktanteil von 25%, allerdings mit sinkender Tendenz. Denn seitdem Aldi, Lidl und Co. verstärkt Markenartikel anbieten, und mit diversen Aktionsangeboten auf Kundenfang gehen, können auch sie immer öfter bei Eltern punkten. Anführungszeichen wir beobachten, dass Verbraucher für den Einkauf von Babynahrung und Produkten zunehmend auch auf Discounter setzen. Anführungszeichen, berichtete Oltrogge. Der Umsatzanteil der Billiganbieter sei inzwischen auf fast 10% gestiegen. Auf Supermärkte entfielen dagegen Nielsen zufolge nur knapp 4% der Umsätze mit Babynahrung und Pflege. Anführungszeichen, berichtete Oltrogge. Vielen Dank.